Ah, eben war... Klang ein bisschen roboterhaft. Ja, Gratis ist mein Ding. Oh, ich muss dich ein bisschen leiser machen. Bist doch lauter als erwartet. Mal lauter, mal leiser. Wir suchen ja immer was aus. Mal lauter. Was hat lauter damit zu tun? Niki! Die macht immer lauter. Machen wir lauter. Niki! Niki! Du krieg ich ja die... Du hast Spaß mit dir allein, oder was? Geht schon los. Gehen wir mal. Pizza! Pizza? Ah, Pizza! 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 Also, schmeiß... Also, schmeiß mal die Mafia-Trütte rüber. So ist... Ja. Ich bin aufwärtiger als eine leuchtende Kugel. Ja, ich bin neutral. Ich hab keine Meinung dazu. Ja, ne. Du hast nur die Power-Summe. Da höre ich mich eigentlich so besser an, äh, mit dem, äh... Viel besser. Also... Also... Auch in-game. Also, wenn ich über den Country oder rede. Also, in-game kann ich... Also, in-game war vorhin ziemlich komisch. Ziemlich schlecht. Und jetzt hast du wieder gute Qualität. Schön bassig und so. Ich wollte Melch sogar erst kicken, als er in eine Gruppe reinkam. Das ist diskriminierung. Warum? Anzeige ist raus. Warum? 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 Ich bin doch das Beste, was es hier gegeben hat. Hm. Alter, warum liegt hier nicht eine einzige Waffe rum? Das kann doch nicht wahr sein. Also, ich bin, äh, gleich... Ich bin schon tot. Ui. Weil da genau ein Gäschnerli ist, bin ich gleich staunend. Cool. Ich hab schon mal eine Waffe. Ich mach mich mal zu dir. Was ist das denn? Achso. Achso. Ich glaub, Zeiss hat sich, glaub ich, schon darum gekümmert. Ne, du liegst noch. Ne, um die Gäschner. Achso. Okay, okay. Okay, und ich hab die jetzt. Mir geht nur blöderweise die Munition raus. Das ist natürlich, äh, kacke. Äh, ach nee, kacke. Die ist schon, das wird zur Sicht, äh. Oh, Gegner getötet, jetzt hab ich Waffen. So. Gib mal hier den blauen Saft. Weil mir mein PS5-Controller runtergefallen ist, hat er jetzt hier zu einem leichten Schaden mein PS5-Controller. Oh. Oh. Ach, nur ein bisschen, äh, Farbe ab. Aber... Ah, dann geht's ja. Aber sieht trotzdem ästhetisch nicht so toll aus. Ja, vor allem halt scheiße teuer, das Ding, ne? Wenn du einen neuen kaufen musst. Ärgerlich. Äh, keine Ahnung. Das ist ja jetzt, äh, nach meinem US-Controller, äh, den ich mit der PS5 gekauft hab. Ja, ne? Die kosten, glaub ich, 70 oder 80 Euro. Sowas in dem Dreh. Äh, den, äh, den einen, den ich dem, einem Kollegen geschenkt hab, kostet, glaub ich, hat 60 gekostet. Der war irgendwie, äh, 80, glaub ich. Ja, okay. Franken. Aber natürlich. Ja. Hier sind wir klar. Hm. Oh. Oh, ich dachte, das wärst du, alter. Jetzt hat er mich getötet. Du warst grad im Haus drin und da war dein, dein Name war über dem Gegner drüber. Scheiße. Dönt. Wieso könnte man nie durch diese Scheiße, äh, raus? Wieso muss man jetzt alles, äh, kaputt zerstören, um, äh, herauszukommen? Hm. Hm. Winn? Wann die Lautstärkung spielen? Ja, der hat's gerade gelegt. Geleckt? Ja, der hat's gerade gelegt. Ja, der hat's gerade gejodelt. Bist du, willst du überlecken? Ja. Bist du was Feines? Ähm. Ähm. Mal anders gefragt, ist es was, äh, Spezielles? Mhm. Ja, was? Äh, anderes, äh, Timmerwechsel. Ich war jetzt wieder mit dem Gedanken komplett woanders. Jetzt klaute mir meine Waffen. Sack. Ich hätte sie gern eingesammelt. Ich, äh, ich wollte sie nur retten, Chantal, komm her. Haha. Äh. I'm coming. Oh. Hilfe, du. Ellen, komm her. Die Bünder. Oh. Oh, fantastisch. Sehr gut. Danke dir. Und tschüss. Ah, einer? Das ist perfekt. Guck mal hier, da liegen noch epische Dinge. Falls du was brauchst. Komm, ich nehme mal den Flitzebogen. Hier, hau rein. Ich hab doch da irgendwo, hab ich doch blauen Saft hingeschmissen. Wo war das denn? Da vorne, genau. Äh, blauen Saft. Kann man jetzt auch falsch verstehen. Schlumpfblut. Du meinst, das ist schwer. Genau. Gib kein Schüls. Gib nur aggressives Wort da rein. Alter, was stimmt bei dir nicht? Laut, leise, laut, leise. Ich mach dich jetzt leise. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, ey. So. 85. So. Juhu. Ich kann fliegen. Juhu. Ich kann fliegen. Also ein Arbeitskolleg würde sich jetzt darüber aufringen. Ja, Levelaufstieg. Ja, Levelaufstieg. Geil. Oh ja, ich auch. Ja. Ach ne. Oh. Ja, geil. Unternuss. Ja. Bitte nicht den Bus aufhalten. Du musst ja dich auf den Bus ballern. Oh. Ja, ich wollte gerade den Boss killen und ihr schießt auf den Bus. Der einzige Fortbewegungsmittel hier. Ich hab zweimal geschossen. Sag das Michel. So, mal den töten nach vorne. So, mal den töten nach vorne. Ja. Den da, ja. Oh. Oh. Achso, ich bin immer noch im Auto, ne? Hehehe. Wow. Wie komm ich wieder runter? Achso, genau. Oh, hab ich gespielt. Alter. Was seid denn für die Knarre? Hat sie mich jetzt alle verarschen, oder wie? Mit einem Schuss hat er mich getötet. Ich hab nur gelegt, dass ich gar nicht weiterspielen brauche. Oh, Michel hab ich auf der Haube. Ja, genau. Geil. Oh, da ist jemand an der Tankstelle. Und da auch. Ah, verdammt. Ja. Gut. Jo, jo. Oh, was? Ich warte, ich warte gerade nach frischen Reden. Aber, äh. Joa. Ein Satz mit extra warm und sowas. Hm. Ja, erstmal warm spielen. Ich weiß nicht wie mit warm spielen, wenn man nicht wie überhaupt was ist. Ja, ist so schlimm bei denen. Ein Wort mit Xylophon. Ein Wort mit SZ. Keine Ahnung. Ah, zusammenschieß. Dünnschieß. Ja, aber das fängt. Aber da fängt man auch mit SZ an. Ja, gut, gut, gut. Ähm. Ein Wort mit S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Genau. Ein Wort mit A. Alle Hohl. Ein Wort mit AK. Alle Hohlkontrolle. Ein Wort, äh, ein weiteres Wort mit X. Gesundheit. Genau. Oder Gesangsbuch. Genau. Oder Gesangsverein. Genau. Der Gin ist teurer als das Spiel selbst. flint lockt nein ich hab's auf der zunge aber ich weiß gott nicht mehr also streck die zunge raus lethal company das war's noch nie gehört soll aber sehr lustig sein ich hätte auch eine idee was wir zu halloween spielen also ich habe immer noch resident evil 3 installiert das remake ja theoretisch schon ich habe auch noch was installiert aber gab es irgendwas im epic store kostenlos so was wie wipeout muss ich mal reingucken was das ist da kriegen wir mal noch ein schluck aus der schönen tasse acht hoffel ich habe deinem wunsch folge geleistet und habe eine tasse kreiert so wie du es gesagt hast henri henriette oder playstation account gianna nanini aber die kennt wahrscheinlich keiner das i spricht man ja nicht aus bei den italienern wird das i nicht ausgesprochen also wenn ich wenn ich zwei espresso haben will dann sag ich nur es presse Espresso ist einer, Espresso Season 2, dann ist es doch nur noch Espresso. Ja, nee, wenn das von einem anderen Vokal ist, ne? Espresso wird schon ausgesprochen, aber wenn das G da vorne ist, dann wird das I nicht ausgesprochen. Ja, liegt das am G oder liegt das an dem Vokal? Äh, ich glaube, es liegt an der Sprache mit dem Vokal, glaube ich. Ja, okay, okay. Oh, einarmiger Bandit? Nee. Warte? Armer Typ. Armer Typ, ja. Lieber Arm dran als Arm ab. Ja. Besser arm dran als Bein ab. Aber bei den Italienern wird auch das Gn anders ausgesprochen. Die sagen ja nicht Bologna, sondern Bologna. Das ist richtig, ja. Magnum. Und bei Magnum sagen sie auch nicht Magnum, sondern Manium. Ja, ja. Also, also liegt das an der Sprache. Genauso wie Spaghetti oder Spagetti. Spagetti ist ja ultra falsch, was viele Kinder sagen. Genauso wie... Oder Spagetti. Genauso wie Lamborghini oder Lamborghini. Ja. Stopp. Halt, stopp. So, mal richtige Mucke. Ja, ich höre sie leider nicht. Ich würde sie gerne hören. Ich weiß gar nicht, ob man bei mir die Mucke hört. Ich glaube, du hattest da vor ein paar Wochen den Streamer-Modus angemacht, dann dürfte man es nicht hören. Nee, allgemein so ein zweiter CR-Remote-Place. Ach so. Wir gehen zum Hotel. Zum Shining Hotel? Mhm. Mit dem Marble. Besser Scheine als sein, äh was? Ja. Shining happy people. Oh, hi. Oh, hi. Keiner. Keiner markiert, oder? Also... Wirklich vieler zahlen. Wollte ich das mal. Irrungen werden überwertet. Mein Gleiter passt halt überhaupt nicht. Hm, dein Gleiter? Verstehe. So lange es nicht ja etwas anderes ist, äh was? Ja, irgendwo reingleiten. Ich habe einen Dämon als Gleiter, aber zwar ist er ja. Dämon? Ich habe ein rosa Surfbett. Alter. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo im Angebot. Ich hätte auch noch Snowboard und Skateboard im Angebot. Ach du Schlinger, du hast ein rosa Snowboard. Ja, ja, genau. Jetzt gibt's nur da mittlerweile wieder eine Starter. Ach du Luder, du. Büg dich, du Sau. Büg dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Büg dich, Fee. Büg dich. Wunsch ist. Keih? Aaaaaaaaa. Ach wie ne zu. Wie kass. Indiana? Servus. was ist denn hier passiert alter hier hat jemand umgemalt wie blöd was ist mit der graffitti überall das ganze zimmer versaut ach versaut bist du und wie ich noch am arsch kleben kann ganz gut sein in diesem fall ist es wirklich nicht gut nicht das lecken sondern wenn man gegner im arsch hat je nachdem wer will wen lecken er was luca cola anjuck cooler quasi oder was der glöckchen der glöckner von notre dame arbeitet von montag bis donnerstag quasi der mutter russ mit dem künftigen bei tun muss nehmen wird es fehl ist wenn sie bello kruppen mit dem künftigen brennt einer das bin ich ja ich hab was gutes gefunden hallo ich hab die gitarre und ich hab den rucksack von mohammed was von mohammed ali was nein von einem einfachen mohammed ich kann es ja auch gerne was ist eine eine saft das muss ich immer was anderes denken Oh, C4? Der Rucksack von Mohammed. Okay, ich verstehe. Abgefahrenes Zimmer, ne? Tja, dann lieber den Arm ab. Das war doch eben. Laserpointer. Ich will mich veräppeln. Das war's mal weg. BIRGISCH! Oh! Dinge. Was bin ich denn da? Wolltest du die Handschuhe? Ich hab die schon, aber du nimmst einfach Zeug weg. Pfui, schäm dich. Pfui, pfui. Hab mal die Tür geöffnet. Ich hab die geöffnet. Oh, Pantan, ist so ein normaler Eiser. Beautiful. Hoppala. Das hat gerade die Eskalations-Chantal, äh, was? Die Eskalations-Chantal. Ja, Zeus. Chantal, heuleise. Ich weiß gar nicht mehr, du wolltest eigentlich noch mal einen Wurm und dagegen mich antreten, was Toppel? Äh, ja, das war Toppel, genau, ja. Stimmt. Das war auch schon eine Weile her. Wollt ihr was antreten? War Thunder. Ach so. Da bin ich dieser Simo der Hasser. Haken. Gipfel immer rauf. Oh, ja. Definitiv. Definitiv. Endlich hab ich, äh, wieder ein Headset und nicht mehr, äh, die Bluetooth-Cup-Führer. Ah, okay. Der Weiß ist Connect. Wow. Cooler Sprung. Wow, wir haben Reifen. Armreifen. Oder Hula-Hoop-Reifen. Ja, ich bin. Warum nehmen wir keine Kassen mehr? Ja, irgendwie ist der Larm, ne? Ich muss schon nur was kurz machen. Die Karre ist sowieso Larm. Ja, Wahnsinn. Ich nehm ein Mann, das Auto. Oh, hier. Geschütztürm. Granatwerfer. Jawoll, Baby. Also ich heiß, dass ich eine Granate bin, ey, was? Ein Granatapfel vielleicht. Ja, ich kann mich vor. Solang, solang keiner den, äh, den Zünder rauszieht, den Schniebel. Äh, ich enthalte mich diesbezündig. Das könnte wehtun. Ich hab noch mehr Teile für Mohamed gefunden. Uuuh. Klatsch? Ich halte nur ein bisschen. Versuch du das mal mit dem scheiß Nitro. Achso. Ach, die Karre ist ja schon. Ich hab nicht ganz... Aber umbringen müssen wir, sonst sind wir tot. Ich suche den Stacheldraht. Den Stacheldraht? Ja. Ja, den Stacheldraht da. Ja, ja, genau. Für vorne, ne? Genau. Ich weiß, was das für ein Update war, das rauskam. Das war, glaube ich, bei dem Ödland war das dabei, ne? Das Ödland. Mhm. Ich weiß, dass das so deutlich. Bola rein, hier. Ein Schienengewehr, ne? Kann auch, das ist besser. Oh, Mann. Auch nicht schlecht. Äh, eingeparkt. Und jetzt? Warte, mich schießensfrei. Nein, ich kann ja nicht schießen. Oh, warum nicht? Warte, wir haben jetzt hilft. Warte. Wir haben uns etwas festgefahren. Oh. Alle machen den Deckel. Aber ich hab die Mauer durchgehend gehen. Kann man nicht mehr durchgehen. Ja, doch, ist doch fahrtüchtig, also. Oh nein, ich will nicht fahren. Steig um. Ja. Kann ich nur gerade nicht. Komm, steig aus. Aus. Ja, ich will schießen. Ach, nö, jetzt bin ich am, äh, Schieß heißen. Ja, du, schnell die Zone, Gott. Schlag rein. Das ist meine Karre. Die Hauptschrott ist. Dass dir das, äh, scheißegal ist, wissen wir ja. Das war ungesellbar. Nee, das ist meine Karre. Das ist mir sowas in Italien. Ich fahr die auch gerne durch den Sport. Das war ein schattes Dissi hier. Frito frugniert. Mach mal gut. Machen wir doch mal ein bisschen Randale. Hey, lass mich ran da, denn sie will ja, äh, was? Genau. Ach, hier. Einer ist, äh, unserer Retro-Sötze beigetrieben, den... Ja, ist... Ist... Äh... Wir haben gerade andere Probleme. Ja, wir haben keinen Fahrer mehr. Was ist, äh... Ist, äh, Spiritus-Sanctil hier? Aber du kannst auch mit F nach vorne umsteigen. Musst nicht raus. Äh, ich, äh, hab hier keinen, also genauso. Ich bin auch Gegner, nur mal so. Achso, ja, Controller. Ich hab das Gefühl, da schießt jemand auf uns. Bei mir sind Gegner, wo seid ihr denn? Wir haben, glaube ich, mal das Auto repariert. Ich musste erst mal, äh, die Karre reparieren. Das Auto ist nur zweirangig. Jetzt bin ich tot und die gute Schrottwinter ist weg. Damit seid ihr jetzt auch so. Ja, Chantal, kannst du mal mich interessanten und dann mal dich beruhigen? Ja, vielleicht mal den Gegner dann killen. Freut mich hier. Die gute Schrott hab ich jetzt. Und jetzt, äh, verpissen wir uns. Ich glaub's nicht, da steht noch einer. Wieso spielst du dann mit, äh, wenn du das Gefühl hast, dass wir Sögen-Sarabel sind? Weil's vorhin noch nicht geleckt hat, wie sonst was. Und ich glaub, ich gar nicht raus bin, weil mit dem Internet brauch ich nicht weiterspielen. Ja, wenn's leckt, das macht keinen Spaß, das stimmt schon. Mann, seid ihr Säue mit dem Lecken. Was soll ich machen? Also weitergehen, lande ich noch in China hier. Bei den Billiglootern. Das heißt, graue Pistole, die damals auf der Fall war und heutzutage gar nichts mehr wert ist. So. Sollten vielleicht mal in Richtung Zone fahren. Wär nicht schlecht, oder? Wir haben einen Geländewagen, also können wir auch hier durchs Gelände fahren. Gott, es ist ja langsam, Alter. Schon krass. Ich kann ja nachher auch einen Lampo nehmen schauen, glaube ich, ist gut. Ja, zum Beispiel. Da stand ja gerade eine Idee. Ja. Schick. Das ist ein Skiff, den ich schon seit, die ich greifen habe. Ja. Sieht gut aus. Oh, hier. Eine Ramme. Dann merkst du schon. Da haben wir noch Maschinengewehr da hinten. Ja, bitte. Den, äh, der, dann merkst du schon, dass auch noch schneller ist, äh, wieder geländewagen. Ja, direkt. Sind, äh, Wörterunterschiede. Hm. Geht auch schneller kaputt. Wo ist er? Ich habe, äh, wie immer das Down-Syndrom. Hm. Ja. Aber das ist natürlich wegen Zeus, der wieder mal, äh, dein eigenes Ding durchzieht. Also würdest du euch mit 8 HP machen? Ähm, ja, hattest du kein, äh, Medkit dabei? Ja, was bringt's mir, wenn ich da drauf beschossen würde? Hättest du dich, äh, vorher heilen können? Womit? Mit Papier oder was? Ne, mit dem, äh, Medkit. Oder mit, äh, ich hab schon, äh, mit, ähm, mit, ähm, Verbandszeug. Ja, deswegen bin ich ja auch abgehauen erst. Ich muss mal, äh, auf Toilette. Hm. Oh, oh, oh. Ich muss, ich muss mir zurück da sein. Ja. Kein Problem. Das bin ich gewohnt, verlassen zu werden. Oh ja, jetzt noch ein Lagerfeuer, du kannst ein Lied spielen. Oh, oh, oh. Oh, oh... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die kann sich nicht da unten befinden. Da kann ich doch nicht. Ja. 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 Ja, ja. wenn sie für uns gering gemacht hat zu sparen aber glück gerade so ist schon wieder und ist tot Ich bin wieder da. Oh, gutes Timing. Ich weiss, ich muss nicht... Ihr habt mich doch alle verarschen. Schon in der Luft bin ich erschossen worden. Ui. Alter. War sicher ein Cheater. Ein Affe. Cheater. Nicht ein Affe, sondern ein Cheater. Jaja. Das ist nicht gut, das ist genial. Oh. Das ist, glaube ich, ein ganzes Team. Hm. Ach, ein ganzes Team machst du ja mit links, oder? Nee. Also in diesem Fall definitiv nein. Das könnte heikel werden, ja. Oh, Auto von links. Auto von links. Ich weiß, dass da viele andere sind. Das eine ist ein Bossauto, das andere nicht. Leute, da kommt es, glaube ich, keiner. Ja. Ist ja auch kein Bossauto, oder? Das Bossauto fährt da hinten. Süße. Oh. Ah. Ich mache jetzt das ein bisschen zu kür. Abraut. Süße. Süße. Ja. Du willst mich wohl verharischen, oder? Allah, wabba! Ey, ihr Schmarrer! Hättest du uns wiederholen können? Die Schatzkarte habe ich nicht, deine Karre war gehalten. Davor wäre ich abgeschossen worden. Hätt nix gebracht. Hättest du dich wiederholen bei einer. Die Motoren sind fast umgebracht. Hättest du dich gebracht. Wenn ich an andere Leute geholt habe, was glaubst du, was ich da an Risiken auf mich nahm? Oh, nicht, kommen wir runtergefahren. Ich meine, das Katzenmausspiel, da ist ja geil. Ach so, die gehört zusammen? Nein. Ja. Die gehört zusammen. Was fährt er da für, Müll zu säumen? So wird das nix. Ja. Umgeschmissen. Umgeschmissen. Was ist das? Spannend. So, es läuft die Runde besser. Auf jeden Fall halbwegs. Der hat sich auch ruhig. Ja. Mal gucken. Ich hab da mal reingeguckt. Ähm. Ich fand es sehr langweilig. Also es ist gruselig auf jeden Fall. Aber vom Spielablauf fand ich es ein bisschen langweilig. Aber da wird sich auf jeden Fall irgendwas cooles finden. Ich hab da mal reingeguckt.